Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf Warter Game und wir spielen Super Smash Bros. Ultimate für die Switch. Ja, ich hab gedacht, warum nicht? Also da zeige ich einfach mal mit einem Freund drei kleine Runden und nehme das doch einfach auf. Ja, dann habe ich das gemacht und wie ihr seht, spiele ich Bowser gegen Lucina, nochmal kurz vorweg, an all die Leute, die nicht wissen, was Super Smash Bros. ist. Das ist ein Kämpfer-Spiel für Nintendo Switch, der neuesten Nintendo-Konsole und man kann da mit Charakteren aus verschiedenen Spielen gegeneinander antreten und für den Sieg kämpfen. Ja, ziemlich cooles Fighting-Spiel, wie man gewinnt, ist recht einfach. Man sieht unter dem Charakter, zum Beispiel bei Bowser oder jetzt bei Lucina, drei kleine Icons, das sind die Leben von den Charakteren. Und dann seht ihr auch noch die Leben, ja die Lebensanzeige bzw. die Prozentanzeige. Und je höher, also je mehr Prozent man hat, desto, uh, ein kleiner Leck. Und nochmal, was ist denn da los? Naja, je mehr Prozent man hat, desto leichter ist es, rausgekriegt zu werden. Und das ist halt das Ziel, dass man von der Kampffläche rausgekriegt wird und dadurch, wie ich gerade, ein Leben verliert. Ja, jetzt habe ich nur noch zwei anstatt drei Leben. Ja, jetzt muss ich mir natürlich was einfallen lassen. Lucina mit einem Stock-Vorsprung nicht gut, doch zu meinem Glück hat sie sehr viele Prozente, also schon über 126. Und ich glaube, die stückt jetzt, oder? Nee, die hat sich noch gerettet. Gut, ja dann, ja was euch gut zu sagen, das ist mein erstes Smash-Video. Ich kann vielleicht mehr machen, wenn ihr wollt. Liked einfach dafür das Video. Ähm, und was war das für ein Shield-Break von Lucina? Aber leider, leider konnte sie sich nicht recovern. Aber, der Edge-Guard war gut. Die hat mich einfach schon wieder getötet. Hahaha. Also, ja, da muss ich halt echt aufpassen, dass ich da besser vorankomme. Das Video habe ich vor drei Monaten, also die Kämpfe habe ich vor drei Monaten gedreht oder so, ich weiß es nicht mehr. Es hat echt lange gedauert, bis ich mich dazu entschieden habe, das aufzunehmen. Ähm, wenn ihr wollt, lasst einfach gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, dass ich einfach weitere Videos aufnehmen soll. Ist eigentlich ziemlich leicht, äh, die werden halt nur nachgesprochen sein. Also, leicht aufnehmen, das wird, glaube ich, nichts daraus. Also, das funktioniert bei meinem Setup gerade nicht. Ja, auf jeden Fall, lasst einfach gerne eure Meinung da. So, weiter haben wir noch einen, äh, Stock. Ich habe leider 30%, aber ja, Browser ist sehr, sehr stark, ist halt der heavieste Tank im ganzen Game. Und, ja, seine, äh, Schläge sind auch nicht ohne. Also, zweimal hitten war es, glaube ich, und dann noch etwas Feuer und schon sind wir bei 56%. Krank. Die leichten Charaktere, so wie Lucina oder, ja, Lucina ist eher so ein mittelleichter Charakter. Ja, wir müssen halt so mehrere kleine Hitte oder Kombos machen, um halt hohe Prozente zu bekommen. Oh, dieser Upsmash, der war ganz stark. Okay, der Grab war auch nicht schlecht. Ah, da habe ich einen Upsmash versucht. Oh, da habe ich gut gedodged, sonst hätte mich der Upsmash gekillt von Lucina. Oh, schafft die Lucina das? Oder, okay, jetzt warte mal. Aha, die hat gekountert. Deswegen habe ich, äh, sie gegrabt. Und, ah, schade, ich dachte schon, sie fliegt. Dann mal schauen. Das Lustige ist, obwohl ich das, äh, gespielt habe, weiß ich nicht mehr, äh, wie das Ergebnis ist. Haha, geil. Wahrscheinlich, weil es halt schon so lange her ist. Und ich habe mich natürlich auch in der Zeit verbessert im Smash, also deutlich verbessert. Das ist dann nur krank. Und, ah, ich meine Bowser, also mit dem spiele ich meistens. Oh, was? Was? Der Abi hat Lucina rausgehittet? Was? Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Also, krank auf jeden Fall. Was? Na ja. Dann gehen wir rüber zum nächsten Fight. Ganondorf vs. Yoshi. Ja, da sehen wir es auch. Ähm, ich habe den Ganondorf gewählt und meinen Freund den Yoshi. Ja, weiß nicht. Also, ich habe da etwas gestruggelt gegen Yoshi. Daran kann ich mich noch erinnern. Denn gegen ihn habe ich nicht so oft gespielt. Und manche Attacken von dem konnte ich noch nicht. Ja, mit Ganondorf, weiß nicht, spiele ich hin und wieder. Deswegen erwartet kein schönes Gameplay oder bzw. gutes Gameplay. Äh, ich habe mit dem nicht so oft gespielt. Aber bin auch relativ gut mit dem. Gut, ähm, ach man, was leckt denn das heute schon wieder so? Naja, dafür kann ich nichts. Das hängt, äh, ja, das ist halt einfach bei der Aufnahme so. Ja, ich habe einfach versucht, äh, den Neutral B zu bekommen. Aber ist ja auch bescheuert, ihn einfach so zu machen. Gut, was man sagen kann zu den Charakteren. Äh, Yoshi, sehr Kombi-last, Kombo-lastiger Charakter. Ähm, und auch nicht für jeden gedacht. Und, boah, das war gerade ein übelst krasser Spike. Was? Also von der Kombo zum Spike, also, wow, okay. Da sieht man natürlich, wie stark Yoshi sein kann, wenn man sein vollstes Potential entfaltet. Ähm, und wie schnell man auch verlieren kann, wenn man sich aus Versehen falsch recovert. Aua. Ja, da hatte ich natürlich Glück. Ähm, ja, zu Gendorf. Oh, 50%. Ihr seht, er macht sehr, sehr viel Schaden, ist aber dafür langsam. Und tankt auch gewissermaßen viel. Ja, das war auch schon wieder so unnötig, diese Neutral-Bieder zu drücken. Weiß auch nicht, was ich da vorhatte. Naja, mal schauen. Ähm, boah, Yoshi, ziemlich stark. Boah, wollte er schon wieder den Kombo machen. Und er hat mich bekommen, weil ich anstatt Up-B, Side-B gemacht habe. Ah, schade. Naja. Zwei Stocks und ich nur einen Stock. Hm, das wird schwer. Das sieht echt schwer aus. Ähm, aber wir sollten das vielleicht schaffen, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe einmal verloren. Ich weiß aber nicht, welches Match es war. Deswegen weiß ich es nicht. Ah, da habe ich die Abi verfehlt. Schade. Wäre sonst wahrscheinlich der Tod gewesen für Yoshi. Ey, das ist auch wieder so komisch, dass ich die ganze Zeit so eine Neutral-B drücke. Und einfach... Ich weiß ja eigentlich schon, dass ich den nicht treffen werde. Ich weiß halt trotzdem. Ja, weiß ich nicht. Äh, das war auf jeden Fall ein schöner Kill mit dem Schwert. Ja, das ist geil. Ähm. Ah, Down-B ist auch ganz geil. Okay, okay. 97%, 35%. Uh. Okay, jetzt leckt es leider etwas. Sorry dafür. Ich habe schon wieder diesen Neutral-B gemacht. Das wäre so unnötig. Naja. Ähm. Wird das der Tod sein? Nein, ich konnte mich nicht recovern. Was? Okay, das ist krass. Joa. Props an Yoshi natürlich. Gut gemacht. Also, krank. Also, ich kann euch den Namen verraten. Also, Sam-Kamo. Also, Kamo heißt er, glaube ich, auf YouTube und auch auf Discord. Ähm. Ja, kannst dich ja gerne mal in den Kommentaren melden. Perfekt. So, und das ist das letzte Spiel. Ich wollte schon Pikmin sagen. Pac-Man gegen Gendorf. Natürlich bin ich wieder Pac-Man. Äh, nee, Gendorf und Pac-Man mein Freund. So, let's go. 82% schon bei Pac-Man. Nicht schlecht. Also, die Prozente gehen echt schnell hoch. Sieht nicht besonders gut für Pac-Man aus, muss man sagen. Okay, den hat er gut abgeblockt. Boah. Ein weiterer Hit. 106%. Also, wenn jetzt ein Schwert trifft, dann sollte Pac-Man raus sein. Ah, aber Pac-Man hat mich gepackt. Ich ihn wiederum auch. Ja, ich versuche die ganze Zeit diesen, äh, Down-Smash, ja, zu verwirklichen. Daraus wird leider nichts. Och, Pac-Man nur mit 141%. Aber ich langsam auch mit 67%. Was? Das hat er überlebt. Okay, krass. 153% Pac-Man. Ja, let's go. Ja, okay. Der konnte sich da auch nicht wirklich wehren, weil, ähm, der hat ja seinen Abbie gemacht. Da kann man sich ja natürlich nicht mehr bewegen danach. Und, ja. Oh, das war krank. Er hat einfach den, äh, was auch immer das war, also dieses Item, zum Hydranten geworfen. Der Hydrant hat das Wasser rausgespuckt. Das Wasser hat, das Item zurück, äh, ja, zurückgeworfen und nicht getroffen. Übelst krass. Also, das sind wieder diese Big Brain 300 IQ Plays von Pac-Man. Ist einfach nur geil. Ja, also diese Hydranten und auch diese Items oder, beziehungsweise Früchte oder was auch immer er da schießt, sind einfach nur geil bei Pac-Man. Damit kann man richtig geile Kombos machen. Oh, okay. Der Upsmash war auf jeden Fall ganz nice von Pac-Man. Aber 88% wie viele er da noch bei mir anrichten kann. Also 30% sind schon mal da. Ähm, boah, 106%. Also, jetzt noch ein Schwert und dann sollte Pac-Man draußen sein. Was? Der Hydrant ist auf Pac-Man gefallen und er konnte sich deswegen nicht becoveren. Oh, ho, ho. Mies. Ich hab natürlich da schön, äh, geshieldbacked oder wie auch immer man das nennen soll. Ja, geil, geil, geil. Nice. Äh, auf jeden Fall. Oh, zwei Stocks und 40%. Ja, ist jetzt sehr schwierig hier für Pac-Man dann noch was auszugleichen. 42%. Okay. Ja, warum nicht? Ah, schön wieder an der Kante. 42%. 63%. Ah, einfach schon mehr Prozente als ich. Ja, wobei, jetzt kam der Ausgleich. Ah, 71%. Uh, durch den Schild durchgegriffen. Er hat durch das Schild durchgegriffen. Lost. Okay. Ich weiß halt nicht, was diese ganzen Items bringen. Also, da bin ich halt kein Pac-Man-Experte. Ähm, aber... Zwei Hits oder ein Schwert und Pac-Man ist draußen. Also, huch, das wird knapp für Pac-Man. Als ob. Hohoho. Okay, das war nice. Two Stock und, äh, ihn aus der Rolle. Also, ich hab die Rolle prediktet und deswegen halt den Upsnash gemacht. Ja, krank. Nices Game auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, falls ihr mehr wollt. Und... Ja, ich red einfach noch ins Intro rein. Passiert, aber... Warum denn nicht? Auf jeden Fall, falls ihr mehr Videos davon wollt, von Smash, schreibt es einfach in den Kommentaren, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao.